Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, eher gesagt zu einem neuen Format, zusammen mit Russack! Hello everybody, du kannst mich heute auch Picasso di Cassu nennen. Was werden wir gleich machen, Russack? Wir werden gleich malen für Looten. Mal nach Zahlen, so in etwa wird das nämlich sein, denn Itachi ist natürlich auch am Start. Ich werde heute eure Bilder bewerten, aber ich werde nicht mitfalten, deswegen gehe ich jetzt raus. Wir werden das gleich so machen, dass Itachi, Itachi ist hier drin, um unsere Zeichnung zu bewerten. Wir werden das gleich über Bildschirmübertragung machen. Ich werde meine Zeichnungszeichen überpaint, Russack wird seine Zeichnung machen und Itachi ist der Allmächtige hier. Er wird bewertet. Lasst auf jeden Fall eine coole Bewertung für dieses coole neue Format da, Freunde. Vielleicht schaffen wir wieder die 9999 Likes auf Ehre. Aktiviert die Glocke, um hier nichts zu verpassen, denn ganz viele meiner Zuschauer sind noch gar keine Abonnenten. Aktiviert jetzt die Glocke, damit ihr nicht solche coolen Formate wie jetzt verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wow, 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 bist du bereit für ein Battle, Digga? Man, Digga, weißt du, weißt du, weißt du, was ist hier? Ich bin übelst bereit, Digga. Ja, Leute, ich habe so Bock auf dieses Format, ja? Ich bin gespannt, wie dieses Format von Russack ankommt. Ich habe durch dieses Format ausgedacht, den Vorteil zu machen, weil ich Picasso bin, Luder. Du bist nicht Picasso. Wir werden gleich sehen, Leute. Ihr wisst, ich bin vielleicht nicht der beste Zeichner, aber vielleicht schaffe ich es, Itachi, dem Allmächtigen hier bei uns, das Jurymitglied, zu überzeugen, mein Baba-Loot hier durch diese Zeichnung zu looten, ja? Ganz easy. Erste Truhe. Ich bekomme direkt saftigen Loot. Oh, schmeckt saftig, oder was? Also, ich muss ehrlich sagen, so ein Laserschmeld ist ganz cool, aber... Ja, da ist ein Gegner bei mir. Okay, 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 okay. Ja. Konzentriere dich, Junge. Bam, bam, bam. Ja, überlebe doch nicht so lange. Bei mir. Ich habe eingetötet. Perfekt. Ich habe keine Mets mehr. Keine Mets. Hab dich. Nicht mit mir. Bei mir sind zu viele Gegner, Digga. Warum sind so viele bei dir? Ich weiß es nicht. Hast du irgendwas umsonst für die Gegner? Erstmal die kleine Göre abhören. Hast du da irgendwas wohl umsonst für die Gegner-G's bekommen? Gib mir deinen ganzen Loot. Oh, schmeckt, schmeckt. Ich schmecke die Schmuck. Hier ist ja noch einer. Oh, da kommt der Gegner-G's. Kommt der Gegner, oder was? Hey, Farmbomberin, meine Schwester, oder was? Uh, Mad-Kid. Oh, Mann, der hat mir fast gedrückt, Alter. Tschüss. Sind da noch viele Gegner, oder was? Nee, Bruder, weil ich habe hier ein bisschen Mad-Kid zum Usen. Hast du ein Lichtschwert? Ja, habe ich. Ich würde sagen, ein Zeichenbettel um das Lichtschwert. Lichtschwert, das hört sich doch gut an. Drop, drop das Item. Oh mein Gott. Kannst du ruhig in deine Hand so halten lassen, kein Problem. Ich gucke mich mal genau nochmal hier oben. Ja, sieht gut aus. Okay, okay. Alles klar, Digga. Bist du bereit? Ich bin jetzt auch am Start, Alter. Itachi, wir dürfen starten, oder? Ja. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Machen wir einmal hier so. 10 Sekunden haben wir noch. Nein. 10 Sekunden. Warte, warte, warte. Hier kommt noch ein bisschen Lichtschwert. Zack, 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 zack. Oh, was hast du denn gesagt? Digga, Leute, guck mal, Russack malt ein Schwert. Er malt ein Dolchchen einfach. Das ist ein Dolch. Er macht einfach... Ich gebe es zu, meine Zeichnung ist jetzt nicht das Beste, aber er macht ein Dolch einfach. Bei mir so, das sieht schon ein bisschen Lichtschwert-mäßig aus, Digga. Was, was, du sagst zu mir, ich war ein Dolch, guck mal, dein Stab, wo man das hältst. Jetzt war das Lichtschwert zur Hälfte, weiß zur Hälfte, rot. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Oh, Mann. Itachi hat das Sagen. Ich bin von beiden mehr enttäuscht. Eins ist ein Dolch und das andere ist nicht ganz fertig. Aber ich würde sagen, diese Runde würde sogar sagen, dass es ein bisschen besser war. Ja, Mann. Gippie. Weil Russack es ein bisschen zu klein war. Ganz wichtig. Wo geht es denn der Gegner? Hat ein Dolch gemalt. Oh, Mann, Gegner. Sind die gut? Sind die schlecht? Ich weiß es doch nicht, was sagt. Boom, 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 boom. Bam. Heddy. Hilfe. Help me. Oh, der duckt sich, muckt sich. Oh, mein Gott, Alter, ich muss nachladen. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Easy, easy. Ist da noch einer, oder was? Noch einer irgendwo. Easy kills. Easy go, easy no. Ei, ei, ei. Titti, ne, Titti. Meine Kiste, meine Kiste. Oh, warte, 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 warte. Was? Was? Ich würde sagen, wer die Handlanger-Troh besser malt, der kriegt die Handlanger-Troh. Schade, schade, Tachi. Schade. Okay, ihr willkommen Besuch. Hört ihr das? Ganz kurz, wir machen kurz auf. Ja, ja. Da kommt einer. Ey, ich muss mir die Schildtränke gönnen. Ganz kurz, ich will hier nicht sterben. Aller in dem Ding lag einfach eine goldene Sniper. Wie weit kommen die Sniper? Ja, ja, Schildtränke ist ja egal. Oha, 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 oha. Wie viele Leute sind da, wo ich sag? Ich bin fast gestorben. Hast du ihn, hast du ihn? Ah, aber ich bin fast du. War der so gut, oder was? Warte mal. Der hat mich halt gelasert, Mann. Okay, Rousa, komm, wir spielen jetzt um die Heavy-Sniper. Oh, warte. Itachi, sollen wir jetzt die Handlanger-Troh malen oder die goldene Schauschschüsse schüren? Er hat Handlanger-Troh, Digga. Er hat Handlanger-Troh gesagt. Ich gewinne. Ja, du wirst aber nicht gewinnen. Okay, bist du bereit? 50 Sekunden ab jetzt. Okay, okay, okay. Ich vereine mich. Sag, guck mal, guck mal, Itachi. Ich mach hier 3D mal D. 3D mal D, ja. Ja, ja, ja. Da denkst du hier auch, der wird mal D mal D. Normal, Digga. Diese Sache ist auf die Kiste. Okay. So etwa? Dann mach mir so. Die ist so schön. Ja. Noch 10 Sekunden. Nein! Okay, ich geb's zu. Ich geb's zu. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Oder? Oh, Rousa macht sogar auf, Digga. Warte, ich erklär kurz mein Bild. Es ist die Kiste, die offen ist. Und da liegt dein Gold. Aber das ist nicht schwarz. Hey, das müssen wir rauszensieren, Leute. Das muss hier rauszensiert werden. Zum Glück habt ihr das nicht gehört. Aber ihr könnt euch vielleicht selber überlegen, was er damit gemalt hat. Das ist mein Lichtshirt. Schade, einfach schade. Itachi, was sagst du zu diesem Verhalten? Hat er das Shirt wirklich verdient? Äh, die Sniper hab ich verdient. Ist okay. Natürlich hab ich sie verdient. Ich hab halt einen Lichtshirt mit einer komischen Form gemalt. Was soll ich machen? Ist okay, nehm ich wenigstens mit, Digga. Einfach schade. Da liegt ja noch eine andere Airby-Sniper. Die hättest du mir geben können. Der Hubschrauber hat keine Kontrolle mehr. Nein. Lass uns nach unten. Angeln, angeln. Ich will runter. Ich hab noch nicht so viel Loot. Geh da nicht hin. Ich muss erstmal hier looten, Digga. Geh Risky Reads. Vertrau mir. Ich hab keinen Loot. Ich werd verrecken. Kannst an der Cover landen? Und jetzt erstmal... Wir haben Headshot. Oh, was ist das? Und der nächste Headshot. Ich hab eh viel Kills. Wir gucken am Ende, wer die meisten Kills hat. Okay, jetzt erstmal ganz genüssig meinen Loot holen. Oh, da liegt sogar noch ein Fisch. Oh, die haben bestimmt den wiederbelebt, den ich da gesnappet habe, oder? Ja, locker easy. Locker easy, Digga. Hier wird erstmal kurz ein bisschen gefarmt. Bam, bam, bam. Okay, okay, okay. Ich zieh den Kürzeren. Ich zieh den Kürzeren. Nimm ich mit, Digga. Nimm ich mit. Auf Ehre. Nimm ich mit. Lass mich hier nicht alleine. Ich lass dich nicht alleine. Ich hab alle meine Items gedroppt. Nimm mich mit, Rudi. Flieg weiter, flieg weiter. Zum nächsten Fischfarm. Linke Seite. Keine Munition eigentlich, ne? Ich hab immer noch nichts. Wir müssen hier erstmal alles abchecken. Ja, hier ist alles leer. Da hat jemand Tracer-Schrott gespielt. Guck dir das an. Nice, viele Fische. Jetzt gibt mir noch einen Slurp-Fisch. Einen Sloppy. Sloppy. Digga, ich bekomme nur grüne Flossen. Ich hab gar nicht gecheckt, dass du rausgejumpt bist. Ja, das ist selber schuld. Einfach schade. Ihr müsst hier mal das Kino angucken. Komm, schnell. Was ist denn da los? Komm. Ich lecke. Oh. Es leckt übel. Es leckt übel. Es leckt. Der Server leckt. Steig ein. Let's go. Der Server leckt. Guck mal das an. Oh mein Gott, was haben die hier gemacht, Digga? Es kriegt kein Kino mehr. Hier geht's nicht mit rechtem Ding zu. Warum springst du wieder raus? Weil ich hier fahren muss. Und die Server lecken. Die Server lecken übel. Hier in dem Lagerfeuer. Ich hab Fisch. Ich hab Fisch. Oh, Gegner, Gegner vor uns. Gegner vor uns. Warte, hier ist noch eine Tour. Die kommen, die kommen. Oh mein Gott, hier ist noch ein großer Schild. Hau ab, hau ab, hau ab. Wir müssen die weg. Schnell, schnell. Flieg, flieg, flieg nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Hauptsache, wir fliegen ins Wasser. Weiter, 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 weiter. Flieg Richtung Zone, Franzi, Nancy. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, Digga, was haben die hier gemacht? Da war auf jeden Fall Jedi-Ritter-Kick. Da springst du schon wieder raus. Raus, 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 vertrau mir. Sind da so viele Gegner? Bro, ich hab drei Fische. Ich hab drei Fische. Sind da so viele Gegner, oder was? Du hast mich umgebracht. Nee, hab ich nicht. Ich werd dich retten. Ich bin tot. Nee, du bist nicht tot. Bam. Hat einen guten Hit. Wo ist sie? Hier unten, Digga. Hier unten. Komm zu mir, wenn du Heal brauchst. Ich geb die Heal auf ihre. Hat gute Hits. Oh mein Gott, Digga, was passiert hier? Was passiert hier? Es leckt so hart in diesem Server, Digga. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Ich muss mir hier ein Metcalf geben. Ja, halt dich, halt dich. Ich hab drei Fische, die kommen hier easy raus. Digga, es leckt, leckt es bei dir auch so hart? Nein, nein. Die Server leckt, Mann. Die Server macht Auge. Ja, macht richtig Auge. Du hörst du das? Hier ist jemand. Da oben ist er. Vor uns. Ich kann so nicht spielen, wenn es leckt. Nein, nein. Ja, wichtig. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Hast du Dinger, was zum Wegfliegen? Warum leckt das hier so hart? Ich bin tot sonst. Hier, ich hab noch einen Fisch für dich. Gönn dir. Hier liegt doch noch eine Bandigun. Alles gut. Wir kommen hier easy raus. Wir kommen hier easy raus, Bro. Easy peasy. Ich hab keine Munition und nichts gefühlt. Ja, ich hab auch nichts. Was ist das für eine Runde? Was ist das für eine komische Runde überhaupt? Alter, ich hab jetzt ein Jumpet. Wir schaffen das. Hier, gönn dir Schild. Lass es Jumpet nehmen. Warte, gönn dir Schild, bevor du weggehst. Hier. Okay, danke. Alles klar. Hast du ein Blutmets? Was waren das für komische Lags gerade, Leute? Wir müssen in die Zone jetzt. Ja, ja, let's go. Oh, direkt, wenn wir in die Zone fliegen, ist ein Gunfight da. Das heißt, es geht direkt mitten wieder in Action. Warte, warte, noch nicht. Warte auf mich, warte auf mich. Bro, hier ist übel, der Gunfight. Warte auf mich, Mussack. Let's go. Oh, wichtig, hier ist noch ein Jumpet. Guck mal, da oben ist er, da oben ist er. Bist du in Sicherheit? Bist du in Sicherheit, Digga? Ja, ja, ich bin hier beim Ding. Die Falten halt hier alle komplett nebenan. Hat einen guten Hit? Das geht eigentlich ganz gut. Ja, mir geht's auch erstmal ganz okay. Das sind auch viele, gell. Ja, hier sind echt viele. Ich musste gleich raus. Ich bin schon ETH. Komm, hier, hier zu mir. Warte, ich heil mich gleich kurz noch einmal. Warm. Ich bin hier in diesem... Wir können vielleicht ein bisschen Druck machen. Die sehen mich, glaube ich, gerade auch nicht. Die wundern sich gerade auch. Die Zonen kommen aber wieder. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ja. Bro, die sind alle unter mir. Da ist hier die Hölle los. Was ist denn da los? Das weiß ich. Richtig. Kannst du mir Bandigan-Schüsse geben? Hinter dir? Einen, ja. Hinter dir. Egal, Hauptsache einen. Ganz schmackhaft. Ganz schmackhaft hier unterwegs, Rosa. Wir werden so alles aufklären, wir müssen die Laser an. Helikopter, komm mit. Nein, lass die Lasern, lass die Lasern. Die sind alle One-Schuld. Okay, okay, okay. Ich bin bereit zum Lasern. Digga, es leckt so hart, Leute, ne? Ist das so eklig? Normal, Bro, normal. Jetzt, 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 jetzt. Nein, alle One-Schuld. One-Schuld. Auf einmal Helikopter hat gar kein HP mehr, oder was? Auf einmal Helikopter hat gar kein HP mehr. Komm, Rosa, wir schaffen das. Ich wusste, dass du lecken würdest. Wenn ich bloß nicht so lecken würde. Einer ist tot. Digga, es leckt so eklig. Die haben auch alle Lags, Digga. Alle von denen haben Lags. Ich merke das ja. Fortnite macht einfach fett auf. Oh mein Gott, wir haben die Goldene Thompson auch gesammelt. Was hast du gerade gefunden? Die Goldene Thompson, Bro. Rosa, du weißt, was das bedeutet. Gleich kann ich ein Zeichenbettel machen, um die Goldene Thompson. Ein Zeichenbettel um die Thompson. Rosa, du weißt, was das bedeutet, mein Freund. Komm erst mal mit zur Zone. Ach, wir sind in der Zone. Wir hätten hier einfach den Schinken. Komm mit. Wir bauen uns hier erst mal komplett ganz genüssig zu. Kannst ruhig übertreiben hier mitbauen. Kein Problem. Bau, bau, bau. Ganz wild, Digga. Ganz, ganz, ganz wild. Und jetzt um die Thompson sollen wir spielen, ja? Ich leg sie hier hin. Komm. Ja, zeig mal. Zeig mal deine Thompson. Komm. Zeig mal. Komm, Baby. Komm her. Diesmal eine Minute Zeit. Eine Minute haben wir Zeit. Ja, bis die Zone also kommt. Es geht los. Okay, warte. Ja, let's go. Let's go. Okay, bam. Easy, easy, easy. Was mache ich denn? Wie sieht das gut aus bei mir? Bei mir ist... Dann kommt hier die Kugel. Zack. Kein Problem. Aber nein, ich habe die Thompson reingeschissen. Bei mir ist es gut. Bei mir ist es bis jetzt noch richtig schön. Ich habe die Thompson so reingeschissen. Bam. Dann kommt hier zack. Ey, was habe ich getan, Digga? Ich habe mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also... Intensche muss hier entscheiden. Das Ding ist... Ich sehe bei dir eins gar nicht. Beides ist praktischer. Musik benutzt meine vernünftige Farbe, man sieht ja gar nichts. Digga muss ich ja trinken und los. Aber das ist für eine Farbe, was hat er da genommen? Zeig mal wieder deins. Ja, ich zeig. Mir gefällt irgendwie der Stil, den Zium malt und die Farben halt. Nein, gib mir eine andere MP, das Ding ist besser. Nicht Bellen, die Kanone, gib mir eine andere MP. Digga, ich habe nur eine Star bei mir. Nur, nur Kappa. Wie, ich habe nicht noch eine Pump. Kannst du mir nicht einmal wenigstens hochhalten? Bam. Weiter geht's, Rosak. Okay, weiter geht's. Du hast zwar die Thompson bekommen, aber... Es leckt so hart, es nehmen auch echt viele Gegner noch. Warum habe ich jetzt das Jumppad gerade gewastet? Das Jumppad wäre so wichtig. Das wäre ein bisschen unnötig, ja, aber egal. Was hast du so tolles bei dir? Hast du ein Jumppad? Nee, ich habe eine grüne, eine lille Pistole, das war's. Okay, wie viele Kills hast du? Ich habe sechs Kills und du? Ich habe fünf. Itachi, wie sieht es mit den Zeichnungen aus? Wie viele Punkte habe ich? Zwei, ne? Ja. Okay, ich habe zwei, Rosak hat... Einen. Ein knappes Besser hier liefern wir uns hier, ja? Ey, wisst ihr was? Was? Malt einfach den Baum gleich. Den Baum vor uns, oder was? Und, ja, und wenn ihr... Der Schlechtere muss sein Bestes halt... Oh mein Gott, mitten im Late Game, oder was? Oh mein Gott, ich verstecke mich hier hinterm Baum. Warte. Ich fange an, ich fange an. Ich fange an. Der Baum vor mir. Bam, bam, bam. Zack. 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 Das ist mein Baum. Itachi, das ist mein Baum. Oh, sie sieht ganz nice aus. Wie sieht's Russak aus? So sieht's Russak aus. Ehrlich? Oh mein Gott, easy. Pass auf, du musst dein Bestes Item droppen. Blau in vier, oder blau... Ist mir egal, was du droppst, Hauptsache... Blau, was? Vier. Vier, hab ich gebroppt. Hab ich gebroppt, ich hab's gebroppt, einmal ne... Bei mir, Russak, arm. Ein Hufe. Ich hab ein. Es lebt. Lass den Töten nicht drauf. Wow. Warum lecktest du? Oh mein Gott, goldener Bogen. Was ist das? Bogen. Wir haben keine Zeit mehr. Über uns? Oha, der schickt einen goldenen Bogen. Also, den hätte ich jetzt echt gerne gezeichnet, aber... Ich glaube, wir haben echt keine Zeit mehr. Mein Baum war schön. Mein Baum war schön, Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie das leckt, Leute. Ich hab lange Fortnite nicht mehr so mit solchen Lecks gespielt. Oh mein Gott, Sproody. Oh mein Gott. Wir müssen los. Der Rocket Launcher ist real. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt heizt's mir. Die Lecks sind weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab einen gekehlt. Ich bin Legolas, Freunde. Ich bin Lego zu dem Last. Ganz easy. Easy. Es sind viele, sagst du? Dann machen wir die kalt mit diesen monsterekligen Lecks. Ich bin ja sogar in der Zone. Oh mein Gott. Ohnecke ich muss verletzt. Du hast auch nicht verletzt, oder was? Ja, gerade wichtige Monika, die Lecks, man kann so doch nicht spielen. Wen will sich die verarschen? Ich muss die Bandage kommen und geben. Ich gebe die Schilddrang, wo bist du? Alles gut, das gut, das ist gut. Ich bin mir wichtig, mir geht's gut. Hast du Schilddrang hier am Start? Mir geht's gut, oder mir geht's gut, alles ist gut. Da muss ich erstmal Legolas Bogen wieder rausholen. Ganz easy, schmackhaft. Okay, 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 okay. Hast du vielleicht ein Jump-Bett oder so? Komm halt zu mir, ich kann die Schilddrücken. Ich bin High-Ground, ich feite gegen den No-Skin. Komm zu mir, komm zu mir, trust me. Ich kann nicht, ich bin High-Ground. Ja, dann komme ich zu dir. Er ist über mir. Wie lange ich sehe es. Töten, töten. Wirst du das vor, sagt? Äh, der ist unter mir, ich guck. Das vor uns. Legs in real. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab nur noch einer. Nur noch einer, oh mein Gott, wie viel Kiel hast du? Ich hab sieben Kiel, ich hab auch sieben. Komm mal her, auf ihre. Ich dachte, das, egal, Digga. Wir gucken jetzt, wer den letzten Kiel macht, hat die Kiel-Chance gewonnen. Denn ich hab ja schon die Malt-Chance gewonnen, obwohl ich nicht zeichnen kann. Oh mein Gott. Bist du bereit? Oh mein Gott. Ich bin Nikolas, der Bub, Schütze. Meine letzte Ansage. Ihr müsst jetzt einfach nur die Runde holen. Das ist meine letzte Ansage. Oh mein Gott, Ehre, Ehre. Ich dachte schon, wir müssen irgendwas malen, Digga. Die magische Mies-Musche. Oh, ich hab sie. Nein, Rucksack hat der Kiel gekillt. Er ist für mich reingepflogen, somit hole ich die Kielst. Nein. Ich will die Zeichnungen und es muss nur deine Revanche geben, Budi. Leute, es geht auf jeden Fall eine Revanche. Freunde, es hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat das Format, diese Idee von Rucksack, ist mega geil. Deshalb werden wir das gleich bei Rucksack auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Mit neuen Zeichnungen, mit einer neuen Challenge. Ich bin echt gespannt, wie die bei Rucksack gleich sein wird. Rucksack, ich hab mega Bock drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich das wissen anhand einer coolen Bewertung. Ansonsten. Tschüssi, Gruski. Bisschen Link, mein. Bam, bam. Haut rein. Pips.